Wittenburg ist eine Stadt im Landkreis Ludwigslust-Pachim in Mecklenburg-Vorpommern. Sie ist seit 1. Januar 2004 Sitz des Amtes Wittenburg, dem eine weitere Gemeinde angehört. Der Ort ist ein Grundzentrum. Geografie Die Kleinstadt im Westen von Mecklenburg-Vorpommern liegt an dem kleinen Fluss Motel und nördlich der Autobahn A24. Das Unterzentrum liegt etwa 40 Kilometer südwestlich von der Landeshauptstadt Schwerin. Es ist Teil der Metropolregion Hamburg. Im Nordwesten befindet sich das Biosphärenreservat Schallsee. Zu Wittenburg gehören die Ortsteile Helm, Kleinwolde, Kirchuslesen, Perdyl, Wölzow, Ziegelmark und Zür. Klima Geschichte Schon aus vorgeschichtlicher Zeit lassen sich in und um Wittenburg Spuren menschlicher Siedlungstätigkeit nachweisen. Mit der einsetzenden Völkerwanderung rückten aus den östlichen Gebieten wendische Siedler vor. In der Gegend um das heutige Wittenburg ließ sich ein Stamm der Polaben nieder. Zu dieser Zeit wird die Entstehung der Burganlage mit dem späteren Namen Amtsberg im sumpfigen Gebiet der Motelniederung vermutet. Wittenburg gehörte Anfang des 12. Jahrhunderts zum Gebiet des abodretischen Teilstammes der Polaben. 1142 belehnte Heinrich der Löwe den sächsischen Grafen Heinrich von Badeweit mit dem Land der Polaben, das nach ihrem Hauptort bald als Grafschaft Ratzeburg bezeichnet wurde. An den kulturellen, wirtschaftlichen und religiösen Traditionen der Wenden änderte sich dadurch zunächst nichts. Erst im Zuge des Slavenkreuzzuges dürfte die slawische Burganlage in Wittenburg zerstört worden und anschließend eine kleine deutsche Ansiedlung als Grenzstation zum benachbarten Gebiet der Abodreten entstanden sein. Diese wurde im Herbst 1158 durch ein abodretisches Aufgebot unter Priebislav und Vertislav eingeäschert, die mit dem erfolgreichen Überfall ihren in Lüneburg von Heinrich dem Löwen eingekerkerten Vater Nikloth Freipresten. Nach Nikloths Tod 1160 kam es unter der Führung des altsächsischen edelfreien Geschlechts der Witten zu einem Wiederaufbau der Burg, die der deutschen Exklave in Schwerin und dem dort soeben eingerichteten Bistum unter Berne militärische Rückendeckung geben sollte. Am Fuß dieser Burg entstand erneut eine Siedlung, in der sich Handwerker und Händler niederließen. Es dürfte auch zu ersten zaghaften Ansiedlungen deutscher Kolonisten gekommen sein, auch wenn die ganz überwiegende Mehrheit der Bevölkerung Polaben waren. So bildete die neue Burg den Ausgangspunkt für die spätere Stadtgründung Wittenburgs. Stadtgründung Die Stadtgründung Wittenburgs ist urkundlich nicht eindeutig überliefert. Im Jahre 1194 wurde Wittenburg als Provinche der Grafschaft Ratzelburg im Isfriedschen Teilungsvertrag erwähnt. Am 25. Mai 1201 kam es dann bei Waschow zu einer Schlacht zwischen den Ratzelburgern und Schweriner Grafen, in deren Verlauf die Burg sich kampflos ergab. Das Land und die Stadt Wittenburg fielen auf Anordnung des dänischen Königs Waldemar II. Drei Jahre später der siegreichen Schweriner Grafschaft zu. Erst unter den neuen Grafen, den Brüdern Gunzelin II. und Heinrich I., setzte eine nennenswerte Besiedlung ein. 1226 verlieh Kaiser Friedrich II. der Stadt Lübeck die Reichsfreiheit und sichert ihr den ungehinderten Handelsverkehr mit Hamburg, Schwerin, Ratzeburg und Wittenburg zu. Dieses Datum steht auch für die Stadtgründung Wittenburgs, möglicherweise erfolgte diese aber auch schon früher. 1230 wurde Wittenburg schließlich als Civitas im Ratzebürgerzentregister aufgeführt, welches die damals zum Bistum Ratzeburg gehörenden Ortschaften geordnet nach Kirchspielen auflistet. In Altwittenburg herrschte das 1319 bestätigte libysche Stadtrecht. Hauptstadt der Grafschaft im Jahr 1282 war Wittenburg Hauptstadt einer selbstständigen Grafschaft, die sich von der Elbe bei Botzenburg bis Sinterkrewitz erstreckte. Ungefähr 70 Jahre dauerte diese Wittenburger Grafenzeit die Glanzperiode der Stadt, denn durch die regen Handelsbeziehungen mit Lübeck blühte der Ort wirtschaftlich auf. In dieser Zeit spielte die Wehrhaftigkeit eine entscheidende Rolle. Noch heute zeugen Reste der einstigen Befestigungsanlagen von der Stärke dieser Bauten. Das Mühlentor wurde 1850 und das Steintor 1869 abgerissen. Mit dem Bau der Stadtkirche Sankt Bartholomeus wurde um 1240 begonnen. Die frühgotische Backsteinkirche wurde zwischen 1257 und 1284 geweiht. Wittenburg bei Mecklenburg Die Stadt Wittenburg fiel 1358 durch Kauf an die mecklenburgischen Herzöge. Viele Jahre diente ihnen die Burganlage als Notlager und Nebenresidenz, später als Wohnsitz fürstlicher Witwen. 1496 hatte die Stadt 500 bis 600 Einwohner. Gegen Ende des 16. Jahrhunderts weilte Herzogin Sophia mehrere Male im Wittenburger Schloss. Die tatkräftige Herzogin setzte sich für die Einführung und Förderung der Eisenindustrie ein. Durch die Ausnutzung des in der Gegend vorkommenden Raseneisensteins siedelte sie Eisenschmelz- und Hammerwerke an und versuchte damit, den Wohlstand der Stadt zu heben. Diese Werke sind nach dem Dreißigjährigen Krieg wieder verschwunden. Dreißigjähriger Krieg und danach auch während des Dreißigjährigen Krieges stand Wittenburg unter dem Schutz von Herzogin Sophie, indem sie Schutzbriefe erwirkte. In kämpferische Handlungen war Wittenburg in den ersten Kriegsjahren nicht verwickelt. Jedoch zermürgten ständige Unternehmungen zur Verteidigung der Stadt und die damit verbundenen Steuern und Abgaben die Einwohner. Schlimm wütete 1629 1630 die Pest in der Stadt. In den folgenden Jahren griffen kriegerische Handlungen auch auf Mecklenburg über. Einquartierungen und Plünderungen mussten die Bürger Wittenburgs mehrfach erleiden. Der schlimmste Tag jedoch war der 1. Februar 1642 als Kroaten die Stadt im Sturm nahmen und furchtbar hausten. 1644 lebten noch etwa 100 Bürger in der Stadt. 1657 brannte fast die gesamte Stadt nebst Rathaus, Kirchendach und Glockenstuhl bis auf drei Häuser nieder. 1679 und 1726 wüteten weitere Stadtbrände. 1735 wurden die Stadt und das Amt Wittenburg mit sieben anderen Ämtern von Herzog Christian Ludwig II. an Kurfürstentum Braunschweig-Lüneburg verpfändet. Dies war die Folge der Reichsexekution, welche Christian Ludwigs Bruder Karl Leopold verursacht hatte. Eine lüneburgische Besatzung lag 33 Jahre in der Stadt. Erst 1768 wurden diese Landesteile mit einer Million Talern wieder eingelöst. Ein Motiv auf dem Wittenburger Notgeld zeigt den Tross mit der Ablösesumme. Franzosenzeit in der im November 1806 beginnenden Besetzung durch Napoleon Bonaparte der Franzosenzeit, hatten die Wittenburger besonders zu leiden. Die Stadt lag an der großen Herrstraße zwischen Botzenburg und Schwerin und war damit eine besonders günstige Station für unaufhörliche Truppendurchzüge und Einquartierungen. Das 19. Jahrhundert brachte durch seine Fortschritte in der Technik und die dadurch bewirkten Umwälzungen auf den Gebieten des Verkehrs und des wirtschaftlichen Lebens sowie in den politischen Verhältnissen auch für Wittenburg eine neue Zeit. Es entstanden neue Straßenzüge. Erste Firmen gründeten sich wie die Gasanstalt und Molkerei. Moderne Bauten, so das Amtsberggebäude 1848, das Rathaus 1852, die Stadtschule am Lindenwall 1874, die Kaiserliche Post 1889, der Turmanbau an der Kirche 1908, 1909, das Gaswerk 1909 und das Bahnhofsgebäude wurden errichtet. Die Entwicklung wurde mit dem Anschluss an die Eisenbahnlinie Hagenau-Neumünster im Jahre 1894 stark vorangetrieben. Bis 1923 wurde eine eigene Stromversorgung aufgebaut. Krieg und Wiederaufbau, Krieg und Zerstörung von direkten Kampfhandlungen im Zweiten Weltkrieg war Wittenburg nicht betroffen. Der Abwurf von Bomben forderte in Wittenburg einige Todesopfer. Es wurden Gebäude zerstört, die jedoch noch während der Kriegszeit wieder aufgebaut wurden. Nach der Kapitulation besetzten zunächst US-amerikanische, dann britische Truppen die Stadt. Kurz darauf übernahm die sowjetische Besatzungsmacht die Kontrolle. Mit ihr kamen Diebstähle, Vergewaltigungen und der Abtransport von Akademikern, Unternehmern und Großbauern in das sowjetische Speziallager Nummer 95 Eichen. In der Stadt wurden zahlreiche Flüchtlingslager eingerichtet. Die Stadtschule diente als Lazarett. Durch den Zustrom von Umsiedlern, Flüchtlingen und Vertriebenen aus den Ostgebieten erhöhte sich die Einwohnerzahl kurz nach dem Krieg von 4.300 auf 8.000. Viele Heimatvertriebene und Umsiedler fanden in Wittenburg eine neue Heimat. Wiederaufbau und DDR im Gesamtgefüge der damaligen DDR entwickelte sich auch in Wittenburg das wirtschaftliche und kulturelle Leben. In der kleinen Stadt dominierten zwei größere Betriebe die Milchkonservenfabrik und die Konsum-Süßwarenfabrik. Es gab eine Reihe größerer und kleinerer Handwerksbetriebe. Hauptsächlich war Wittenburg vom Obstanbau und von der Landwirtschaft geprägt. Nach der politischen Wende die Wendezeit im Herbst 1989 wurde durch Kundgebungen und Friedensgebete, durch Demonstrationen und Bürgerforen die Wende auch in Wittenburg eingeleitet. Kurz nach der Grenzöffnung hat es die Stadt Wittenburg verstanden, ihre günstige örtliche Lage und vor allem die unmittelbare Anbindung an die Bundesautobahn 24 Hamburg-Berlin zu nutzen. Durch die Bereitstellung eines attraktiven Gewerbegebietes beidseitig der Hagen-Noah-Schauce siedelten sich in kürzester Zeit diverse hiesige und auswärtige Investoren an. Der Branchenmix der Firmen ist groß und reicht von Nahrungsmittel- und Elektroindustrie, Maschinenbau und Druckerei über Dienstleistungseinrichtungen bis hin zu den verschiedensten Fachmärkten. Neue Bauvorhaben namhafter Firmen zeugen von ständigen Bemühungen der Stadt, mit weiteren Gewerbeansiedlungen die Infrastruktur zu verbessern und vor allem Arbeitsplätze zu schaffen. Stadterneuerung ab 1991 wurde der historische Stadtkern im Rahmen der Städtebauförderung gründlich saniert. Das Stadtbild mit dem modernisierten Demler-Rathaus hat sich stark verbessert. Auch wurde aus städtebaulichen Gründen mit der Beräumung des ehemaligen Molkereigeländes ein unansehnlicher Missstand nahe dem historischen Stadtkern beseitigt. Es entstanden hier ein Einkaufsmarkt, kleinere Fachgeschäfte sowie attraktive Wohnungen. Die Erschließung und Instandsetzung der Straßen im südwestlichen Teil des Altstadtkerns verdienen große Aufmerksamkeit. Neben dem bereits fertiggestellten Wohngebiet am Schäferbruch befinden sich gegenwärtig drei größere Wohnkomplexe im Bau. Die Fertigstellung einer großen Sport- und Mehrzweckhalle im Herbst 1998 erweiterte das sportlich-kulturelle Freizeitangebot der Stadt. Im Bereich der schulischen Einrichtungen kann die Kleinstadt Wittenburg sämtliche Schultypen aufweisen. Grundschule, Realschule mit Grund- und Hauptschulteil, eine Außenstelle der allgemeinen Förderschule Hagenow und ein Gymnasium. Am Rande des Altstadtkerns in fast zentraler Lage hat die Caritas ein Altenpflegeheim errichtet. Zum 25. Mai 2014 wurden die Gemeinden Kirchow und Lesen nach Wittenburg eingemeindet, wodurch sich die Gemeindefläche von 46,25 Quadratkilometer auf 80 Quadratkilometer vergrößerte. Kirchow, Perdüll und Zürr Kirchow, Perdüll und Zürr wurden 1194 erstmals erwähnt. Um 1230 wurde die romanische Feldsteinkirche gebaut. Kirchow war ein Gutsdorf mit häufigen Besitzerwechsel. Das Gut Kirchow wurde um 1935 aufgesiedelt und das Gutshaus in den 1950er Jahren und 1976 abgerissen. Das Gut Zürr befand sich ab dem 14. Jahrhundert im Eigentum der Familie Zülle, die um 1740 Dekasikunden zweigeschossige, 13-achsige Gutshaus als Fachwerkbau errichtete. Siehe auch, Lesen 1233 erst Erwähnung als zum Kirchspiel Wittenburg gehörender Ort. Im Mittelalter bis 1690 war der Ort ein Lehen der Familie von Blücher und danach war das Gut bis 1899 im Besitz der Familie von Laffert. 1822 entstand das Herrenhauslesen und 1868 Dekasikunden Laffert-Mausoleum. Siehe auch, Einwohnerentwicklung Politik. Das Wappen wurde am 10. April 1858 von Friedrich Franz II. Großherzog von Mecklenburg-Schwerin festgelegt und unter der Nummer 127 der Wappenrolle von Mecklenburg-Vorpommern registriert. Blasonierung Das Wappen wurde 1997 von dem Basbütteler Hans Frieder Kühner neu gezeichnet und in der Tüngierung der Lindwürmer überarbeitet. Wittenburg unterhält seit dem 17. Juni 1990 eine Städtepartnerschaft zu Löningen in Niedersachsen. Wirtschaft und Infrastruktur Ansässige Unternehmen Produktionsbetrieb für Tiefkühlprodukte der Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG Sternmaid Ein Unternehmen der Stern-Y-Viol-Gruppe Wittenburg liegt an der Bundesautobahn 24 Hamburg-Berlin. Bis zum Jahr 2000 bestand darüber hinaus eine Schienenverbindung über die Kaiserbahn nach Hagenau bzw. Zarentin. Die Strecke wurde bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges im Fernverkehr von Berlin nach Kiel bedient. Sehenswürdigkeiten und Kultur Bauwerke Die Altstadt wird von einem gut erhaltenen Wall umschlossen. Turm- und Mauerreste der ehemaligen Stadtbefestigung und die aus dem 13. 14. Jahrhundert stammende historische Torchem Ruine auf dem Amtsberg wurden 1998 saniert. Die St. Bartholomeus Kirche wurde ab 1240 gebaut. Die frühgotische dreischiffige Hallenkirche besteht aus Backsteinen. Der Chor ist ein Schiffig. Die Kirche ist dem Apostel Bartholomeus geweiht. Der Turm wurde 1909 an der Westfassade vorgesetzt. Im Innern findet sich ein ursprünglich aus Hagenau stammender Schnitzaltar aus dem 15. Jahrhundert. Zur Inneneinrichtung der Kirche gehören weiter eine große Fünte von 1342, die hölzerne Kanzel von 1666 und zwei Pastorenbildnisse sowie ein Epitaph aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Das Rathaus wurde 1852 nach Plänen des Hofbaurats Georg Adolf Demmler errichtet. Am 8. Januar 1853 fand die feierliche Einweihung statt. Es gehört zu den bedeutenden Bauwerken aus der Zeit des Historismus und wurde ab 1996 umfassend saniert und im Inneren umgestaltet. Am Amtsberg der Burg der Turm, auch Amtsbergturm genannt, das Amtsgerichtsgebäude von 1848 und der Amtsbergpark mit Resten der ehemaligen Befestigung, an der Wallstraße der Hungerturm und der Storchenturm sowie Reste der Stadtmauer. Das Haus Markt 9 gehört zu den wenigen erhaltenen Fachwerkhäusern aus dem 17. Jahrhundert. Das zweigeschossige Pfarrhaus am Kirchplatz wurde als Backsteinbau in den Formen der Ludwigsluster Architektur im 19. Jahrhundert errichtet. Das Fachwerkhaus Teutenwinkel 4 mit Schnitzereien von 1732 wurde 1995 saniert. Das verputzte Haus in der großen Straße 15 stammt aus der Grün der Zeit. Das Haus in der großen Straße 13 ist ein gründerzeitlicher Ziegelbau. Das niederdeutsche Hallenhaus aus H. Die Erdholländer Windmühle wurde 1890 auf dem Fundament einer abgebrannten Mühle errichtet. Der Heinrich Stein ist eines der ältesten Kulturdenkmäler in Mecklenburg-Vorpommern. Er stammt aus der 2. Hälfte des 12. Jahrhunderts. Er steht vor der St. Bartholomeuskirche. Er wurde nach der Schlacht bei Waschow erschaffen. Das Mehlweltenmuseum befindet sich im ehemaligen Wittenburger Amtsgericht. Das Gebäude wurde von einem privaten Investor mit mehr als einer halben Million Euro aufwendig saniert. Auf einer Fläche von 450 Quadratmetern wird die Bedeutung der Mehlsäcke und des Mehls für die menschliche Kultur dargestellt. Mittelpunkt ist die sogenannte Sakothek. Hier zeigt das Museum 1925 zum Teil kunstvoll gestaltete Mehlsäcke aus 115 Ländern. Das Museum wurde am 10. Juni 2008 durch Ministerpräsident Harald Ringstorf eröffnet. Kultur 2012 Große Potjomkinsche Straße Temporäres Stadt-Wiederbelebungsprojekt von Stadtplaner und Künstler Tonmaton Designer Michael Kokoth Künstler Lukas Pusch Architekt Jakob V.D. Ristmusikerin Bernadette Leihengst mit dem Beschwerdechor Wittenburg Architektin Sophie Wagner Lichtdesigner Andreas Ermisch Designer Björn Ortfeld und sein Team Sport Turn- und Sportgemeinschaft Wittenburg am Markt 8 mit 2A Den Spatenhandball Laufen Volleyball Gymnastik Wittenburger Sportverein Schlüterstraße 10 Judoverein Wittenburg in Kirchow Kampfsportclub Wittenburg Bordiner Sportverein 80 in Wittendörb Bordien SV Apfelblüte Dodo in Wittendörb Dodo Lesener SV in Lesen TSV Progress in Wittendörb Progress Reit- und Fahrverein Perdül im Kirchow T Perdül Sportfischverein Gutfang Wittenburg Alpine Center Hamburg-Wittenburg Im Dezember 2006 eröffnete in Wittenburg der Indoor-Schnee-Park Europas unter dem Namen Snow-Fun-Park. Die auf dem 33,8 Hektar großen Gelände befindliche Wintersportthalle hat eine Pistenfläche von 30.000 Quadratmeter. Die Hauptpiste eine Pistenlänge von 330 Metern sowie eine Breite von 80 Metern. Das Gebäude ist bereits von der Autobahn 24 auszusehen. Die Skihalle stand seit dem 30. Juni 2008 unter Zwangsverwaltung, nachdem die Besucherzahlen im ersten Jahr mit 638.000 hinter den zunächst kalkulierten 730.900.000 zurückblieben. Seit dem 16. Oktober 2008 ist die Van der Falk Gruppe Betreiber der Skihalle, Alpine Center, Innenansicht, Alpine Center und Kirche Wittenburgs. Jährlich findet im Frühjahr zum Beginn der Laufsaison der Wittenburger Mühlenlauf statt. Etwa 500 Läufer absolvieren dabei Distanzen über 2, 5 und 10 Kilometer. In der Umgebung ist der Lauf beliebt in jeder Altersgruppe. Persönlichkeiten Söhne und Töchter der Stadt Johann von Prien, Bischof von Ratzeburg, Christian Ludwig Lisko, Satiriker, Karl Kreppelin, Sänger, Schauspieler, Rezitator, Hans Frank, Schriftsteller und Dramaturg, Gustav Melkert, Sekretär der Landarbeitergewerkschaft und Opfer des Nationalsozialismus, Robert Schlüter, Generalleutnant, Otto Fittense, Pädagoge und Landeshistoriker, Friedrich Wetzel, SS-Hauptsturmführer und Verwaltungsgericht. Verwaltungsführer verschiedener Konzentrationslager, Fritz Mayer, Schaffenberg, Schriftsteller, Kurt Lemke, Geologe, Ursula Kurz-Gepp, Koch, Niederdeutsche Lyriken, Martin Eckermann, Regisseur und Schauspieler, Harald Ringsdorf, Politiker, Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern 1998 zu 2008, Wolfgang Illers, Politiker, Margret Zemann, Politikerin, Personen, die mit der Stadt in Verbindung stehen, Adrian von Main-Sicht, Herzoglicher Leibarzt und Apotheker, Karl Krüger, Deutscher Advokat, Abgeordneter und Amtsrichter in Wittenburg, Robert Helmut Hesse, Deutscher Arzt und 1848. 49. Mitglied der Mecklenburgischen Abgeordnetenversammlung, praktizierte 1849 zu 1885 in Wittenburg, Walter Behrens, Turner.